Kannst du die da... Gib mal raus da. Die korrigiert ja auch die ISO. Was geht ab? Was geht ab, Leute? Was geht ab, Leute? Was geht ab, Leute? Ich bin's Kenny. Scheint ja jetzt Mode zu sein, mit seinen Fans zu sprechen. Machen wir das doch auch. Habt ihr Bock, dass ich euch mal live mitnehme, auch zu einem Shooting? Na, niemand will ein Live-Video sehen, oder? Wir machen das anders. Wir holen jetzt unser Model ab, fahren zu unserer Visagistin. Dann geht's los. Wir sind's. Wir sind's. Wir sind's. Wir sind's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich denke, das war besser als jedes Live-Shooting. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder einen Kommentar. Grüße gehen raus an mein Team Daniel, Julian, Janan und Nadine. Ich danke euch vielmals. Haut rein! Ich danke euch vielmals.